Vor langer Zeit beherrschten Piraten die Meere. Aber das Reich Varuna lebte in Frieden und Reichtum unter den wachsamen Augen der beiden Schwertkämpfer Radcliffe und Jiham. Als die beiden Soldaten verschwanden, war das Königreich schutzlos. Der machthungrige Baron Dias schlug schnell zu. Zuerst verbündete er sich mit den Piraten, um den König einzukerkern und durch eine hölzerne Marionette zu ersetzen. Doch auch das war ihm nicht genug und er heuerte den ehemaligen Hofzauberer an, um mit ihm den lang versteckten Schatz des Königreichs zu stehlen. Das Königreich wäre sicher verloren, wäre nicht Alexia, die Tochter des Königs, dem Baron auf die Schliche gekommen. So schnell sie kann, macht sie sich auf, um Flint zu finden. Einen berühmten Piratenjäger, auf den der Baron ein Kopfgeld ausgesetzt hat. Alexia weiß, Flint ist ihre einzige Hoffnung. Die Tochter des Königs 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.